Sehr, sehr gutes Spiel. Ich glaube, das beste Echtzeit-Strategie-Spiel, das es auf dem Markt gibt und das ich auch, glaube ich, je gespielt habe. Es ist für mich immer so ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen, weil ich es halt sehr intensiv spiele und viel auch trainiere. Das heißt, der Spielspaß ist für mich nur an zweiter Stelle. Es ist aber trotzdem ein Spiel, das ich sehr genieße und viele schöne Momente mit habe, aber auch traurige. 1.4 5 5 6 8 8 8 8 10 9 10 9 11 10 Untertitelung des ZDF, 2020